Die Datenschutz-Folgeabschätzung. Ist das etwas zu essen? Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge DSGVO einfach erklärt. Mein Name ist Niklas Pastille, ich bin Rechtsanwalt aus Berlin und ich habe zwischenzeitlich entwickelt ein Fable für das Datenschutzrecht, insbesondere für die neue Datenschutz-Grundverordnung und all die neuen und noch relativ unvertrauten Rechte, die dieses neue Datenschutzrecht mit sich bringt. Der ganz große Unbekannte im neuen Datenschutzrecht, das ist nicht das Verarbeitungsverzeichnis, über das derzeit alle reden. Das sind auch nicht die neuen betroffenen Rechte, also in unserem Kontext im Betrieb die Rechte der Arbeitnehmer, die ihre Daten preisgeben, sondern das ist die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung, DSFA, geregelt, wenn Sie das einmal nachlesen wollen, und das sollten Sie tun, im wichtigen Artikel 35, Artikel 35, Datenschutz-Grundverordnung. Da ist sie erwähnt, die Datenschutzfolgeabschätzung. Es gibt zu diesem Thema fast noch keine Literatur, es gibt praktisch derzeit keine brauchbare Anleitung in der Praxisliteratur zum Erstellen einer solchen Datenschutzfolgeabschätzung. Und es gibt auch unter Anwälten eine hohe Unsicherheit, welcher Arbeitgeber, welcher Unternehmer, sagt die Datenschutzgrundverordnung, eine solche Datenschutzfolgeabschätzung nun zu erstellen habe. Worum also geht es? Mal in eigenen, einfachen Worten gesprochen, die Datenschutzfolgeabschätzung ist eine Risikoprognose. Und diese Risikoprognose, die wird angestellt vom Arbeitgeber, also nicht vom Datenschutzbeauftragten, nicht vom Arbeitnehmer und ganz sicher nicht vom Betriebsrat. Also lassen Sie sich da vom Arbeitgeber keine unnötige Arbeit aufhalsen. Aber wenn Sie den Arbeitgeber so ein bisschen löchern, so ein bisschen anstacheln wollen, zur alsbaldigen Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Ihrem Unternehmen, dann fragen Sie ihn durchaus einmal, ob er denn jetzt zwischenzeitlich die Datenschutzfolgeabschätzung erstellt habe. Und wenn nein, warum nicht? Ja, er wird es Ihnen danken, der arme Arbeitgeber. Denn jeder, jeder Arbeitgeber muss eine Datenschutzfolgeabschätzung erstellen, der besonders risikoreiche Verarbeitungsaktivitäten ausführt. Der muss dann nämlich technische und organisatorische Maßnahmen orientiert jeweils am Schutzbedürfnis der Daten durchführen. Er muss also alle Risiken identifizieren, um sie dann wieder einschränken, eindämmen zu können. Diese Datenschutzfolgeabschätzung wird mit dem Datenschutzbeauftragten gemeinsam zu erstellen sein. Und in fast allen Fällen, lesen Sie mal nach, Artikel 36 Datenschutzgrundverordnung, in fast allen Fällen wird auch die Datenschutzaufsichtsbehörde einbezogen werden müssen. Zur Erstellung einer solchen Datenschutzfolgeabschätzung. Man nennt das ein Konsultationsverfahren. Die Aufsichtsbehörde muss also konsultiert werden. Noch einmal inhaltlich, worum geht es? Naja, es gibt da draußen Arbeitgeber, die so viele oder so heikle Daten verarbeiten, deren Geschäftsmodell das nämlich auch ist, dass es ein hohes Risiko gibt. Ein hohes Risiko nämlich für die Freiheit und die Rechte der natürlichen Personen, der Betroffenen, zum Beispiel der Kunden oder auch der Arbeitnehmer. Ich sage Ihnen mal, in welchen Fällen das der Fall ist. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber sensible Daten, ich denke etwa an Gesundheitsdaten, vielleicht Daten aus Krankenrückkehrergesprächen oder aus BEM-Gesprächen, wenn der Arbeitgeber das in einer Cloud zwischenspeichert oder wenn der Arbeitgeber mit irgendwelchen Anwendungen der künstlichen Intelligenz arbeitet, wenn er biometrische Datenverarbeitung vornimmt und sei es nur an der Supermarktkasse, falls es sowas schon geben sollte, Gesichtserkennung, wenn ihr Arbeitgeber Persönlichkeitsprofile kommerziell erstellt, zum Beispiel wenn er Bonitätsprüfung vornimmt oder vornehmen lässt oder dazu irgendwelche Beiträge liefert, wenn er öffentliche Räume per Video überwacht oder wenn er sonst wie kommerziell sensible Daten verarbeiten muss, zum Beispiel Daten rund um die Gesundheit oder Daten von Minderjährigen, von Kindern. Das sind alles besonders risikoreiche Verarbeitungsaktivitäten. Übrigens auch dann, wenn eigentlich ganz normale Daten, was auch immer das heißt, ins Ausland verbracht werden. Ins Ausland mit einem Datenschutzniveau vor Ort, das nicht mithalten kann mit dem Datenschutzniveau der DSGVO. Auch das wäre nach richtiger Auffassung eine besonders risikoreiche Verarbeitungsaktivität. Und alle Arbeitgeber, die besonders risikoreich Daten verarbeiten, müssen diese Risiken erkennen, um sie durch geeignete technische, organisatorische oder sonstige Maßnahmen möglichst wieder einzudämmen. Mit anderen Worten, die müssen alle eine Datenschutzfolgeabschätzung vornehmen. Jetzt lassen Sie sich bitte eine Sache nicht erzählen. Kluge Arbeitgeber, gut beratende Arbeitgeber, die entgegnen ihren Datenschutzbeauftragten und ihren Betriebsräten häufig Folgendes, die sagen, von welcher Datenschutzfolgeabschätzung redest du eigentlich? Ich bin dazu gar nicht verpflichtet. Sämtliche Unternehmen, die zu dieser Datenschutzfolgeabschätzung verpflichtet sind, die sind doch genannt im Paragrafen 35 Absatz 3 DSGVO. Und zwar ausdrücklich sind sie dort genannt. Aber das ist falsch. Das wäre eine Falle, die Ihnen gestellt wird, wenn Sie mal genau nachlesen, im Artikel 35 Absatz 3, da sind in der Tat besonders risikoreiche Verarbeitungstätigkeiten erwähnt, also aufgeführt. Aber bitte als Regelbeispiele. Das heißt, neben diesen Beispielen gibt es noch tausend und einen weiteren Fall der risikoreichen Datenverarbeitung. In der Folge, im Ergebnis, sind es also sehr viele Arbeitgeber und nicht sehr wenige, die diese Datenschutzfolgeabschätzung vornehmen müssen. Dazu brauchen Sie Fachwissen. Das kostet natürlich etwas. Und vor allem brauchen Sie dazu auch bislang noch etwas Mut. Denn glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, es gibt, wie gesagt, bisher kaum Anleitungen, kaum ein geeignetes Muster, wie man eine solche Folgeabschätzung nun im Einzelnen vornimmt. Ganz schematisch wird man nur sagen, dass diese Datenschutzfolgeabschätzung vorliegen muss, bevor ich risikoreiche Datenverarbeitung vornehme. Ich muss also auch die geeigneten technischen, organisatorischen und sonstigen Maßnahmen bereits vorgenommen, also umgesetzt haben, bevor ich risikoreich Daten verarbeite. Und wenn ich als Arbeitgeber selbst nicht weiter weiß, dann muss ich, das ist eine Rechtspflicht, die Datenaufsichtsbehörde konsultieren. Und kann die Datenaufsichtsbehörde mir auch nicht helfen, dann muss die risikoreiche Datenverarbeitung unterlassen werden. Auch auf die Gefahr hin, dass ein andernfalls sehr lukratives Geschäftsfeld dann eben nicht beackert werden kann, jedenfalls nicht von Ihrem Arbeitgeber. Das war Niklas Pastie für die WAF. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht, so meine etwas naive Hoffnung, überträgt sich meine Begeisterung für das Datenschutzrecht ja auch noch auf Sie als Betriebsrat. Das wäre in jedem Fall ein lohnendes Feld der Mitbestimmung, denn hier ist der Betriebsrat stark und nicht etwa schwach und er setzt sich hier unmittelbar, so unmittelbar wie sonst nirgends ein für die Grundrechte seiner Kolleginnen und Kollegen. Lieber Hörer, wir hoffen, es hat Dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für Dich dabei. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast. Dein Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, noch bessere Inhalte für Dich und diesen Podcast zu produzieren. Den Link für die Bewertung findest Du in der Beschreibung. Wir wünschen Dir einen erfolgreichen Tag und bis bald! Bis zum nächsten Mal!